Hey Leute, willkommen zurück in meiner Fischhut. Heute geht es in diesem Video um das Leuchtorgan bei Fischen. Das ist ja entstanden, die Idee in dem letzten Video über das Quiz und genau heute gehen wir mal darauf ein, was ist das Leuchtorgan. Viel Spaß und bleibt dran. So, kommen wir jetzt zu dem, wie wir schon genannt haben, zu dem Leuchtorgan. Was ist dieses? Das bezeichnet, also biologisch ist es ein Organ, das ein Licht erzeugt. Und dies geschieht über das Organ selbst oder durch Bakterien. Ein Beispiel dafür wäre der Anglerfisch mit seiner Art Rute und seiner leuchtenden Kugel. Und für was ist das Ganze überhaupt, habe ich mich natürlich auch einmal damit beschäftigt. Also für was ist das Ganze? Das Ganze verwenden sie zur Kommunikation untereinander, dann zum Anlocken von Beute und tatsächlich auch zur Verteidigung bzw. zur Tarnung. Denn es gibt Tiere, die durch ihr Leuchtorgan ihre eigenen Schatten verdecken, so dass sie im Prinzip auf dem Boden lebende Tiere sie nicht erkennen können, da sie ihren Schatten komplett selbst verbergen. Ich hoffe, das war mal etwas anderes. Es hat euch drauf gefallen. Somit vielen Dank und bis zum nächsten Mal.